Ach schade, hat mir gerade so viel Spaß gemacht. Oh, alleine ist es nicht schwer genug, aber zu zweit packen wir das. Mein Bällchen hat ja genug auf der... auf den Hüften. Das letzte Level. Bin ja mal gespannt jetzt. Oh nein, nein, nein! Zu spät! Ja, stack dich fest! Verdammt! So, naja! Geh da hoch! Mann, oh nein! Egal, ich kann hier unten weiter. Oder auch... Doch, geht! Ha! Bisschen tricky, aber es geht. Ja, gut, dass ich da vorbeigesprungen bin. Liege mich auf die andere Seite. Oh, liebes Rad. Wow. Na gut, da kommt es eh nicht weiter. Oh, geht er hoch. Okay. Hm. 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 Nein! Verdammt! Wie? Wow! Ganz locker bleiben. Jetzt verarscht's mich. Ja komm! Ey, zieh das Ding jetzt da runter. Achso. Ja, man sollte auch hier Enter-Taste drücken, ne? Wow! Ich muss da gar nicht drauf. Toll. Ach, ich durfte nur einmal schließen. Das macht mich ein bisschen traurig jetzt. Ich spring hier einfach mal ab. Keine Ahnung, ob das richtig war oder nicht. Anscheinend nicht. Anscheinend doch. Whatever. Nein, das war... Offensichtlich war es falsch. Okay. Offensichtlich war es richtig. Verdammt, ey. Ja, ich... Okay, ich kapier's jetzt. Ist ja gut. Gut, dass wir da ohne Hilfe nicht drauf kommen. Verdammt! Nein! Was mach ich denn? Ich bin zu blöd dafür. Aber... Zu meiner Entschuldigung. Wir haben jetzt auch schon spät. Wir haben jetzt schon nach zwei. Und... Oh! Komm jetzt! Verdammt! Und nach zwei sollte man solche Spiele einfach nicht mehr spielen, wie ich gerade feststelle. Verdammt noch! Mal hier! Jetzt aber! Hoff ich! Jawoll! Wow! War das knapp. So, jetzt können wir das Rad hier runter schieben. Und dann kommen wir da hoch. Geht da hochrad. Und jetzt komm ich nämlich hier hoch und komm da weiter. Gott sei Dank. Press up and down to select different blocks. Okay. Ich nehm einfach mal dich. Dann dich und dann dich. aus Spaß an der Freude, weil ich keine Ahnung habe, was es mir bewirkt. Und ja. Jetzt ich verstehen tun. Gut, dass wir das geklärt haben. Was ich allerdings hier zu machen habe, ist mir gerade noch so ein kleines Rätsel. Ist mir kein Rätsel mehr. Ähm. Ich brauche... Was brauche ich? Ja. So hätte ich mal machen sollen. Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Oh. Also, was war das? Dat da, dat da, dat da. Hopp. Und rüber du Rad du. Schnell drüber, bevor die Brücke zusammenbricht. Oh, 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 oh. Verstehe. Hehe. Ich schätze mal, ich muss auf dem Ding da fahren, oder? Ja. Ja. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Das ging doch mal gut. Komm, 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 komm. Du schast es. Nichts. Fahrt da nicht. Werden wir diese Demo jemals beenden können? Wir wissen es nicht. Oh Gott, ey. Ich habe schon gedacht, ich packe es nicht. Ich habe die Brände nicht mehr aktiv, ey. Das freut mich. Du donk. So, weißt du Bescheid? Weißt du, ne? Weißt du, weißt du, wie du es falsch gemacht hast? Weißt du, weißt du? Und hopp. Nein. Nein. Und hopp. Da bringt es mir nichts. Verdammt. Da musst du warten, bis dat Ding, äh, dat Teil da kommt. Und jetzt aber zack ich. Oh. Ja. So zack ich auch nicht. Und da muss ich nämlich... Nein. Jetzt habe ich neu gestartet. Verdammt. Na, vielleicht geht das sogar schneller. Ja. Lass mich da durch. Lass mich arzt. Ich bin durch. So. Bleib da stehen. Nein. Oh. Fuck. Dammit. Ja, komm. Packt das heute noch vielleicht. Ich meine, wir haben ja erst zwei Uhr. Verdammte. Und wenn man zwei Uhr hat, dann ist der Tag ja noch lang. Nein. Geh doch da hoch, Mensch. Ich scheitere an dem einfachsten Puzzle dieser Welt. Ist das herrlich. Ja. Komm. 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 Ich glaube, ich packe es. Ich glaube, ich packe es. Jetzt drück die Bremse hier durch. Eieieiei. Und hopp. Und hoffentlich kommen wir jetzt da ohne Schaden da drauf. Und hopp. Jawoll. Gott, wir haben es durch. Ja. Ich will da durch. Ich will da durch. Will ich da. Oh, äh, ja. Ich will da immer noch durch. Und bin ich da hoch. Danke sehr. Sehr interessante Sache hier mit dem... Mit den Windrädern. Hopps. Ja, ihr habt doch auch nicht mehr alle am Senkel. Also, hopps. So geht es nicht. Also, ich will hier ja auch nicht zeigen, wie man das Spiel richtig spielt. Ich möchte ja nur zeigen, wie man es nicht spielt. Das schaffe ich ja ganz gut. Würde ich sagen. Komm. Auf geht's. Und jetzt geht's hier rein. Und dann haben wir das doch, oder? Bitte. Ja. Dat freut mich. Oh, 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 oh. Okay. Das ist natürlich... Nein, 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 nein. Stopp hier. Und für alle, die sich fragen, das Ding ist gerade grottig zum Lenden. Und ich will da eigentlich nur hoch. Und ich will da eigentlich nur hoch. Damit geht's. Machen wir zwar ein paar Überschläge, aber dem Ball wird schon nicht schwindelig, hoffe ich. Wow. Wow. Verdammt. So ein verdammtes Drecksspiel. als ob ich mir davon jemals die Vollversion kaufen würde so jetzt habe ich es dem Spiel aber gegeben jetzt bin ich glücklich jetzt rollen wir noch in die falsche Richtung dann sind wir fit ja ja perfekt eingelucht perfekt nicht geschafft ja was gibt es sonst noch so zu erzählen glaube nicht viel aber vielleicht schaffen wir es ja jetzt ganz ruhig ganz ruhig wenn der Blob uns nicht zerstört was er nicht tut Gott sei Dank wenn ich jetzt wieder ganz von auch kommt Leute ich bitte euch also irgendwann ist auch mal gut hier ja ich könnte mich übergeben ihr glaubt gar nicht wie ich mich hier übergeben könnte nein nein ja so und so nicht hopps winzig bekommen wir das Level jetzt mal hier hin und hopp komm danke sehr hopps hopps boah ich hab es erledigt Hammer ich glaube es nicht ah ok also theoretisch kann man drauf scheißen wie das Ding da geht weil wir eh hier ähm gravity die gravity manipulieren können von daher ist das eigentlich wie man auch hier sieht denn wir können einfach uns durchschummeln sozusagen wenn wir dann nicht zu blöd dafür wären beziehungsweise ich zu blöd dafür hopp nein nein jetzt ja ich hab's gott sei dank äh ja wenn man nicht weiter weiß einfach mal nach links drücken und runterfallen das ist immer eine sehr gute Idee auf Wiedersehen Rad auf Wiedersehen Rad auf Wiedersehen Rad verdammt ich weiß nicht warum ich das immer wieder tue ich weiß auch gerade nicht was ich äh hier generell tun sollte das schon mal offensichtlich nicht hör auf jetzt die linke oder rechte Taste zu drücken bitte vielen herzlichen Dank ja das sieht doch ganz nett aus was ich mir jetzt hier gebaut hab und damit schaffen wir das vielleicht jetzt auch weiter aber auch nur vielleicht und ich hab's direkt auf diesen blöden Platz geschafft und was ist ich lass mich da runter vielen Dank herrliches Rad was du meinen Weg geblockt haben tust ich hoffe du stirbst elendig da unten in deiner kleinen Hölle soja einmal im Kreis bitte fahren weil es Spaß macht schon wieder fast drüber geschmissen und zwar so geil dass ich rausgefallen wäre aber das war's das heißt ich bin fertig mit der Demo ich kann es kaum glauben ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen ich lass euch mit den Credits alleine viel Spaß beim nächsten Mal auf Wiedersehen na toll ich darf den Scheißball immer noch bewegen und darf mich hier so durch die Credits boxen also rede ich jetzt weiter Concept and Design Niklas Nykren Executive Producer Victor Rodriguez wie heißt du Rodriguez Entschuldigung oh Producer Tyron Rodriguez eine Familie also kann ich hier links durchfahren ja kann ich cool kommen wir nur wieder zu Victor Additional Design ich hoffe ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen ich habe zwar keine Ahnung ob Ara ein männlicher oder weiblicher Vorname ist Story Concept Daisuke Amaya du seist in meinem Video erwähnt Programming Jamie McLaughlin und Niklas Nykren ich hoffe McLaughlin whatever was dein erster Name ist äh dein Zweitname Jamie dein Nachname Original Score Chris Schlarp Schlarp ist ein schöner Name finde ich hier sehen wir die Summe Additional Audio Niklas Nykren und Peer einer Scafhawk Liedtester Olli Ström was sind die besten äh oh mein Gott Additional Testing Kopenhagen Game Collective Erics Wettgang Jose Petro Quintanilla Lukas Meller Leon Mouris Markus Nykren Paula Josving Tobias Chili Chili das ist ein cooler Nachname Jan van der Cruisen die besten das beste die besten Credits jeweils in einem Game ever in einem Game Additional Art Angela Sung ich werde nicht gedankt ich hab euch auch nicht lieb das schießen macht Spaß ach ja wir rollen durch die Credits 2 oh das ist das Anfang Bildchen glaube ich ja da sind wir wieder an The Beach und das war es dann endgültig auf Wiedersehen Leute eine gute die das war ja